Vielleicht? Warte, das erzähle ich dir gleich. Mach erst mal sonst Fotos. Nein, es läuft schon die Kamera. Ja, ich kann ja schneiden, ist ja egal. Missglückte Rückreise von Haldensleben nach Berlin über Wolfsburg. Hans kennengelernt vom Forum aus Wolfsburg. Der Verein heißt Miteinander, Füreinander, Dasein. Und wir sind für 55 plus zuständig, für ältere Menschen mit eingeschränkter Alterskompetenz, körperlich, geistig und seelisch. Und jetzt haben wir uns durch Zufall, oder war das jetzt Schicksal, oder war das bewusst? Fügung, genau. Ansonsten, ja, was kann ich noch dazu sagen? Jeder, der mich kennt, der mich sieht, wird nur mit drei kurzen Worten mich in Erinnerung halten. Rock your life. Und wie ist dein Name? Josefine Nulle, oder auch Künstlername Rocky Josi, könnt ihr gerne suchen. Und dich findet man auch im Internet, ja? Im Internet, auf Facebook. Ja. Und du hast jetzt auch ein eigenes Video? Genau, gib doch einfach mal ein, oh Gott, wie heißt das, Lieb? Ihr müsst einfach mal eingeben, Josefine Nulle plus ODF, also Kursbuch von ODF auf YouTube, und dann guckt er mal. Ja. Irgendwas wird ein positiver Lebenshang. Und da ist die Presse direkt auf dich zugekommen, ja? Das ist so ein Stückchen, wie ich zu dem Artikel gekommen bin, das verbuche ich mal unter dem Begriff Lebensgeheimnis. Ich bin ins Leben, ich blamier mich total gerne. Mich kennt zum Beispiel mittlerweile, ich weiß nicht wer, sie kennt die Band, Wenzel und Benty kennen mich, von den Pudis der Sänger wohnt bei mir irgendwie in einem Nachbarort, der kennt mich. Also, mich kennt sogar mittlerweile aus Kanada, aus Vancouver, Melanie Decker. Ich habe die Frau noch nie vorher gesehen, aber sie hat mich letztes Jahr auf einem Festival erkannt. Ja. Also, du kannst mir ja auch mal was schreiben oder wenn du irgendwie eine Biografie hast oder Kindheitsbilder, wo du noch im anderen Körper gewesen bist und sowas ja ein anderes Leben hattest. Oder vielleicht kannst du ja auch mal eine Aufnahme machen, was du jetzt gerne werden wollen oder wie glücklich und zufrieden und wie dein soziales Umfeld mit Freunden ist. Also, mich kannst du erreichen über wolfsburg-aktiv-at-outlog.de. Wenn du möchtest, können wir ja gerne in Verbindung bleiben. Machen wir das super gerne. Alles klar, ich bedanke mich. Gerne. Und schönen Gruß nach Brandenburg. Yeah. Ja, und schick mal ein paar Bilder von deiner Heimat. Mach dich. Danke, tschüss. Tschüss.